Popo aus dem Jahr 2007 und trägt den Titel Eier, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Auf meinem Tisch, auf dem das Frühstück der Woche steht, der Kaffee so heiß wie meine Stirn. Vom Lenz im Traum in der Wecker zur Linz, erzählt mir ein Mann im Radio, dass er super drauf ist. Und sowieso nur die geilsten Lieder an der Zeit gespielt. Und das Beste von heute, wer hat gesagt, das stimmt. Der Akte hat gesagt, das stimmt. Wir sind wie die Eier, aus dem Haar, durch den Eier. Die alten Liebesleier für deinen Haar und deine Hände. Und ich wundere mich, dass ich mich schon wieder penne. Und gehen zurück an das Ei. Genau doch zuerst. Ich, nun mal das Ei. Wer hat ja gesagt, das schmeckt mir nicht. 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 Der Langerpark. Schneck! Finde ich nach uns getragst am Ruhal. Und in der Lecke bleibt mon Sant. Da geht immer wieder. Selbst erinnigt. Ich schwimm meine Luke. Bla la la laa la da! Bla la la laoľ. Bla la la laa. Bla la laa. Ich bin ein Wappentier in einer Mietwohnung, ein Mietadler. Die Luft wird schwer, hier unter dem Wald steht, wo lege ich meine Eier hin? Mensch, wo lege ich meine Eier hin? Wer hat da gesagt, das schmeckt mir nicht? 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 Der andere, andere Schlimmle Trüßen aus mit sause Luft Der leitere Lymphosat Bei dir wird das Gefühl, ich habe Waren in Kultur Die Schlimmle La 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 Schlimmle Trüßen aus mit sause Luft Waren in Kultur Die Schlimmle Die Schlimmle Die Schlimmle La 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 5 Minuten 2023 23 20 24 45 45 45 45 45 46 57 46 47 48 Applaus